Bei Airless Farbsprühsystemen wird die Farbe direkt aus dem Eimer angesaugt. Dabei kann man aufgrund des größeren Leistungsvermögens noch schneller große Flächen besprühen, da man hier auch keinen Farbtank mit sich herumtragen muss. In diesem Video wollen wir uns einmal die drei besten Airless Farbsprühsysteme von drei verschiedenen Herstellern und auch aus drei unterschiedlichen Preisklassen anschauen. Da sollte auf jeden Fall was Passendes für euch und eure Bedürfnisse dabei sein. Bleibt unbedingt bis zum Schluss dran, um alle Modelle kennenzulernen und schaut nach dem Video auch gerne mal in der Videobeschreibung vorbei, um euch zu den Modellen noch weiter zu informieren und euer Lieblingsmodell eventuell direkt zu bestellen. Aus der ersten Preisklasse möchten wir euch das ACS3000 Airless Farbsprühsystem von Scheppach vorstellen. Dieses kommt mit 750 Watt Leistung und kann einen maximalen Druck von bis zu 207 Bar erzeugen. Diese Leistung lässt sich auch auf eine maximale Durchflussmenge von bis zu 1,1 Litern die Minute übersetzen. Der maximale Druck, der beim Scheppach Farbsprühsystem erzeugt werden kann, ist mit 207 Bar der auf jeden Fall höchste im Vergleich, doch die Durchflussmenge von 1,1 Litern die Minute liegt vergleichstechnisch nur auf dem zweiten Platz. Trotzdem eine beachtliche Leistung für ein System dieser Preisklasse. Mit dem extra langen 7,60 Meter Sprühschlauch besitzt das Modell auch einen besonders hohen Arbeitsradius. Dabei ist auch eine leichte Sprühpistole mit Vierfingerabzug, welche für ein besonders komfortables Arbeiten geeignet wird. Die Direktansaugung mit Filtersieb und auch die 51 Zentimeter lange Düse sorgen für eine besonders hohe Effizienz beim Arbeiten. Generell ist das Modell mit seinen lediglich 8 Kilogramm und dem leichten Tragegriff auch sehr leicht zu transportieren bzw. im Arbeitseinsatz zu verwenden. Das Modell ist generell auch für verschiedenste Farben und Flüssigkeiten auf Wasser oder synthetischer Basis geeignet und damit perfekt für Wandfarben, Lacke, Beize und auch Vorstriche. Wenn ihr auf der Suche nach einem schon recht leistungsstarkem Airless Farbsprühsystem zu einem vor allem sehr günstigen Preis wart, dann kann das Shepard ACS3000 die richtige Wahl für euch sein. Das Modell Made in Germany gehört auch zu einem der Bestseller-Modelle auf dem Markt. Alles weitere zu diesem System über den ersten Link in der Videobeschreibung. Aus der nächsten Preisklasse möchten wir euch das Airless Farbsprühsystem True Code 360 von Graco vorstellen. Das Graco Modell ist ein tragbares Airless Farbspritzgerät mit einem maximalen Druck von 138 Bar und einer maximalen Förderleistung von 750 Millilitern pro Minute. Damit können ca. 7 Quadratmeter pro Minute gesprüht werden, eine recht starke Leistung, trotzdem vergleichsweise die insgesamt schlechteste Farbfördermenge in diesem Vergleich. Dafür kann das Modell durch sein besonders kompaktes und auch tragbares Design überzeugen. Dadurch ist das Modell besonders vielseitig einsetzbar bzw. auch sehr, sehr einfach anzuwenden. Die flexible Arbeitsweise wird vor allem durch das spezielle Vacu-Wealth-System ergänzt, eine luftdichte Technologie, welche es ermöglicht, in jede beliebige Richtung zu spritzen, sogar über den Kopf, ohne dass Luft ins System gelangt. Auch die Geschwindigkeit lässt sich über die variable Geschwindigkeitsregelung steuern, sodass man das Tempo dieses Modells selbst bestimmen kann und jederzeit die ultimative Kontrolle über das Farbprojekt bekommt. Man kann hier bis 9 verschiedene Stufen einstellen, Stufe 1 bis 2 für kleinere Detailprojekte bis hin zur Stufe 8 oder 9, um auch größere Mauern oder Zäune im Handumdrehen neu zu beschichten. Geeignet ist das Modell auch für unverdünnte Farben und auch Beizen und kann durch die variable Geschwindigkeitsregelung sowie durch das Vacu-Wealth-System, wie gesagt, sehr, sehr flexibel verwendet werden. Alles weitere zu diesem Modell, dem Greycoat Truecoat 360, über den zweiten Link in der Videobeschreibung. Als drittes und letztes möchten wir euch das absolute Premium-Modell und auch den gleichzeitigen Bestseller aus dem Vergleich vorstellen. Es handelt sich um das Airless Farbsprühsystem Control Pro 350 von Wagner. Der Hersteller Wagner ist für seine leistungsstarken und auch sehr hochwertigen Airless-Farbsprühsysteme bekannt. Der Hersteller hat unzählige verschiedene Varianten auf dem Markt, die ihr alle über den dritten Link in der Videobeschreibung einsehen könnt. Eines der absoluten Profi-Modelle ist aktuell das Control Pro 350 R, ein System, welches mit 110 Bar Druck und vor allem einer sehr starken Fördermenge von 1,5 Litern die Minute kommt. Dies ist die beste Farbfördermenge im Vergleich, womit das Wagner Sprühsystem auch für professionelle Arbeitseinsätze geeignet ist. Und das alles bei einem etwas reduzierten Spritzdruck und das hat auch seinen Grund. Dieser sorgt für eine noch bessere Kontrolle beim Auftragen und damit eine längere Lebensdauer, sowie für bis zu 55% weniger Sprühnebel. Damit ist das Modell für, wie gesagt, mittlere bis große Projekte geeignet und auch für einen Dauerbetrieb bzw. eine besonders häufige Verwendung ausgerichtet. Überzeugen kann es zudem durch das innovative Düsensystem. Der weich auslaufende Sprühstrahl sorgt für eine besonders starke Deckkraft bei Überlappung der Bahnen. Der praktische Tragegriff ermöglicht einen einfachen Wechsel des Arbeitsorts des Hauptgerätes. Von diesem aus geht ein 15 Meter langer und sehr flexibler Farbschlauch aus, sodass man hier eine besonders hohe Flexibilität beim Arbeiten mit der Sprühpistole erhält. Zusätzlich bestellbar ist von Wagner auch eine Düsenverlängerung bzw. Sprühlanze, um auch an hohe Decken heranzukommen. Die Direktansaugung aus dem Farbeimer sorgt dafür, dass kein Um- oder Nachfüllen nötig ist und dass man hier, wie gesagt, auch besonders große Arbeiten absolvieren kann. Der ergonomisch geformte Handgriff und auch leichte Abzug der hochwertigen HEA Airless Pistole garantieren beim Arbeiten jederzeit ein ermüdungsfreies und komfortables Bedienen, selbst über Kopf. In Kombination mit der hohen Farbfördermenge, der besonders starken Deckkraft und langen Lebensdauer ist das Farbsprühsystem von Wagner die absolut erste Wahl für alle, die regelmäßig größere Sprüharbeiten absolvieren müssen. Wer nicht ganz so viel Leistung braucht und auch nicht so viel Geld für das Control Pro 350 ausgeben möchte, kann trotzdem über den dritten Link in der Videobeschreibung mal bei den anderen Wagner-Varianten vorbeischauen. Alle Airless Farbsprühsysteme dieses Herstellers sind, wie gesagt, für die hohe Leistung, Qualität und auch die Möglichkeit, professionelle Arbeiten zu absolvieren, geeignet. Alles weitere über die Links in der Videobeschreibung. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.